Hallo, hier ist die Kathi aus der Thermen- und Badewelt Euskirchen. Heute stelle ich euch unseren Atemfrei-Aufguss vor. Der Atemfrei ist ein klassischer Aufguss über drei Runden, den wir in unserem griechischen Palast der Apollonsauna durchführen. Der Aufguss wird mit Mentholkristallen über alle drei Runden durchgeführt. Mentholkristalle befreien die Nase und die Atemwege und man kann tief durchatmen. Sie erweitern die Blutgefäße und verursachen ein Kältegefühl auf der Haut. Gerade jetzt im Winter ist dieser Aufguss sehr beliebt und danach fühlt man sich wirklich richtig befreit. Habt ihr es schon mal ausprobiert? Dann schreibt es uns unten in die Kommentare. Und dann sage ich nur Tschüss und bis bald unter Palmen. Bis bald!